Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Welt der Kaliber. Heute geht es um das Kaliber 4570 Government. Um keine Folge mehr zu verpassen, bitte abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Kaliber 4570 Government wurde 1873 als Standardpatrone für die amerikanische Armee eingeführt. Es ersetzte die Schwarzpulverpatrone 5070 Government mit Metallhülse, die mittlerweile veraltet war, obwohl sie erst 1866 eingeführt worden war. Die ursprüngliche Laborierung dieses Kalibers basierte auf einem 500-Grain-Geschoss im Durchmesser 45 mit einer 70-Grains-Treibladung aus Schwarzpulver. Daher auch die Bezeichnung 4570. Der Zusatz Government wiederum kennzeichnet die Patrone als Ordnanzmunition. Eine spätere Variante, die speziell für Kavallerie-Karabiner konzipiert wurde, verwendete ein Geschoss 405 Grains und eine Schwarzpulverladung von 55 Grains. Im Laufe der Jahre wurden neue rauchfreie Treibladungen entwickelt und der Bereich Munition erlebte einige Neuerungen. Dies vor allem als Folge von Forschungen und Entwicklungen in Deutschland. Und so musterte die US-Regierung die 4570 aus und ersetzte sie durch die modernäre 30-40-Krach. Die noch vorhandenen Bestände wurden auf den zivilen Märkten im Ausland verkauft. Anfangs ging es mit der 4570-Government auf dem Markt rapide bergab. Dann wurde das Schwarzpulver kurzerhand durch eine rauchfreie Treibladung ersetzt und die Patrone fand begeisterte Anhänger unter Schützen und Jägern. Heutzutage zählen auch Liebhaber von historischen Waffen und Westernschützen dazu. Nun zur Patrone an sich. Die 4570 ist eine Randpatrone mit großer, 54 mm langer Hülse. Moderne Konfigurationen verwenden normalerweise zwei Arten von Geschossen. Ein leichteres mit 300 Grains und ein schwereres mit 405 Grains. Die Mündungsgeschwindigkeiten der beiden Varianten betragen jeweils mehr als 600 und 420 Meter pro Sekunde. Verwendet werden klassisch meistgedrungene Teilmantel-Flachkopfgeschosse oder flache Hohlspitzgeschosse. Der Grund für flache Geschosskonstruktionen geht auf die vorrangige Verwendung in Unterhebelrepetierern mit Röhrenmagazinen zurück. Dort liegen die Geschosse voreinander im Magazin und spitze Geschosse würden durch den Rückstoß auf das vorne liegende Zündhütchen stoßen und dieses im schlimmsten Fall entzünden. In Bezug auf die schweren und flachen Geschosse gibt es jedoch auch Nachteile. Diese fliegen sehr langsam und haben nur eine geringe Reichweite von circa 120 Metern. Danach fällt das Geschoss stark ab. Des Weiteren ist die Energie auf 100 Metern meist im Bereich um 2200 Joule und liegt somit nur gering über den vorgeschriebenen 2000 Joule auf 100 Metern für die Jagd auf Hochwild in Deutschland. Auf diese Probleme reagierte vor einigen Jahren der Munitionshersteller Hornadi mit der Patronenserie Lever Evolution. Sie entwickelten zum einen das Hornadi FTX Bleigeschoss sowie das bleifreie Hornadi Monoflex. Beide Geschosse sind Hohlspitzgeschosse mit einer weichen und elastischen Kunststoffspitze, welche verformbar ist und so problemlos in Röhrenmagazinen verwendet werden können. Des Weiteren sind diese Geschosse deutlich aerodynamischer und fliegen deutlich schneller und flacher, was auch eine höhere Energie hervorbringt. Diese Geschosse wurden nicht nur für die 45-70 geschaffen, sondern auch für viele weitere Kaliber, welche gewöhnlich in Unterhebelrepetierern verwendet werden. Gehen wir nun auf den Verwendungszweck ein. Jäger und Sportschützen merkten schnell, dass diese Patrone eine unerwartete Genauigkeit beim Schießen auf Zielscheiben und laufendes Wild bieten konnte. Dazu kam eine beeindruckende Stoppwirkung, was aus kurzer Entfernung auch auf starkes Wild zutrifft. Aus diesem Grund hat diese Patrone noch lange nicht ausgedient. Im jagdlichen Einsatz wird sie hauptsächlich bei der Drückjagd im Wald verwendet, wo das Wild normalerweise in kurzer Schussdistanz beschossen wird. Bei flüchtigem Wild gibt es jedoch den Nachteil des weiten Vorhaltemaßes aufgrund der geringen Rasanz. Die Patrone wird im Allgemeinen von modernen, handlichen Unterhebelrepetierern verwendet, die schnelle Schussfolgen abgeben können. Und dann gibt es noch den Nischenmarkt der Jäger, die einschüssige Hinterlader in diesem Kaliber verwenden. Zum einen alte historische Büchsen, welche meist ohne Zielfernrohr geschossen werden, und des Weiteren modernere Waffen. Hierbei gibt es zum Beispiel Fallblockbüchsen von Browning und Ruger. Die Firma Bergara brachte in neuerer Zeit ihre Kipplaufbüchse BA-310 in diesem Kaliber auf den Markt. Dies zum Teil auch mit Schalldämpfer. Mit etwas Glück findet man heutzutage auch noch Doppelbüchsen und Bockdoppelbüchsen in diesem Kaliber, wie zum Beispiel von der russischen Firma Baikal. Wie bereits erwähnt, ist die Patrone sehr gut für starkes europäische Wild wie Schwarzwild und Rotwild geeignet, jedoch auch für Rehwild nicht zu brutal. Die geringe Geschwindigkeit und der große Durchmesser verursachen nur wenig Entwertung und Hämatome. Deutlich beliebter als in Europa ist die 4570 in Nordamerika. Dort ist sie sehr verbreitet und wird gerne für die Jagd auf starkes Wild wie Bison, Elch, Wapiti und Bären eingesetzt. In anderen Teilen dieser Welt ist sie eher weniger verbreitet und wird gelegentlich noch für die Jagd in Afrika und Australien eingesetzt. Auffallend ist noch, dass sie oft auf Treibjagden auf Schwarzwild in Italien verwendet wird. Wie sieht es mit der Munitionsverfügbarkeit aus? Kommerzielle Munition ist in Hülle und Fülle erhältlich, auch wenn die Auswahl an speziellen Laborierungen begrenzt ist. Aber zum Glück kann man die Patronen ja auch selbst laden. Wer seine Munition im Kaliber 4570 wiederladen will, muss dabei auf die Druckwerte achten. Sie hängen vom Typ, vom Alter und vom Allgemeinzustand der Waffe ab, mit der sie abgefeuert werden sollen. Der Verschluss von manchen alten Schätzen ist möglicherweise zu schwach für moderne Ladungen. Waffen, die für Schwarzpulverpatronen entwickelt wurden, sind unter Umständen in ihrer Struktur nicht solide genug, um dem Druck der modernen Ladungen standzuhalten. Noch ein Wort zur Verwendung des Kalibers in Kipplaufwaffen. Hierbei ist man nicht auf flache Geschosse oder Geschosse mit flexibler Spitze angewiesen und ist vollkommen frei in der Geschosswahl. Abschließend kann gesagt werden, dass dieses Kaliber in Europa zwar eher eine untergeordnete Rolle spielt, es aber trotzdem eine feste Fangemeinde besitzt, die die 4570 weiterhin am Leben hält. Es bereitet einfach Freude, dieses historische Kaliber zu schießen und jagdlich zu führen und es wäre schade, wenn es zukünftig in der Bedeutungslosigkeit verschwinden würde. Das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Welt der Kaliber. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Weidmannsheil!